Willkommen zu diesem kompakten Video. Heute nochmal ein kleines Update zum Chemical Works Interior Cleaning Pad, zum Scrub Pad. Ich habe mir nochmal ein neues, frisches geholt, damit ich euch das perfekt zeigen kann. Das ist sozusagen die, in Anführungsstrichen, alte Variante. Produkte entwickeln sich natürlich auch immer weiter und es war schon, als die erste Version so ein bisschen auf den Markt kam, schon direkt klar, dass die zweite Version auf jeden Fall definitiv ein Update bekommt. Und ich habe euch mal hier das Update mitgebracht, habe mir erst mal zwei Pads bestellt. Zu diesem Zeitpunkt jetzt gibt es sogar schon ein Dreier-Set. Ich habe mir natürlich wieder zwei einzelne geholt und ein paar Tage später kam dann das Dreier-Set. Das kostet, glaube ich, drei Stück 14,90 Euro, also 15 Euro knapp. Und ihr seht schon, was sich verändert hat. Und zwar hat die V2 jetzt sozusagen auf beiden Seiten diese Scrub-Faser. Es gab auch viele, viele Umfragen und auch bei dem ersten Testen hier dieser ersten Version, noch bevor die überhaupt auf den Markt gekommen ist, hat zum Beispiel auch schon der Johann hier von Bawich Aufbereitung oder auch Oskar selbst oder auch Josef und auch ich gesagt, eigentlich nutzt man diese Seite. Es gibt auf jeden Fall Leute unter euch, die diese Seite auch nutzen, aber der Großteil nutzt eigentlich nur diese Scrub-Faser. Weil die meisten von euch nutzen dann ein externes Mikro-Fasertuch und ich auch. Ich habe es bei mir auch immer wieder gemerkt. Du hältst das Pad, arbeitest damit und dann merkst du irgendwie, ja, die Seite ist jetzt voll, schmutzig, dann musst du ein neues Pad nehmen. Weil du diese Rückseite mal für Kleinigkeiten auf jeden Fall nehmen kannst, mal zum Kurzabwischen oder zum Beispiel um irgendwas zu verteilen. Aber um das, was es wirklich geht und zwar diese Scrub-Oberfläche, da habe ich dann ganz schnell auch gemerkt, es wäre eigentlich cool, wenn das auf beiden Seiten wäre. Weil dann kann man nämlich mit einer Seite arbeiten und dann sagt man, okay, ist zu schmutzig, ich nehme eine neue Seite, drehe das Pad einfach rum und nutze die zweite Seite. Und deswegen gab es halt direkt dann auch das Update und auch jetzt ist es endlich angekommen und so sieht es aus. Also komplett in Schneeweiß, die Naht hier außenrum ist auch komplett in Weiß. Das hat sich auch noch geändert und damit habt ihr jetzt auf beiden Seiten diese Scrub-Faser. Jetzt nochmal ein wichtiger Hinweis für diejenigen, weil ich habe ja auch schon mit ein paar Leuten gesprochen. Wenn ihr das Teil zu Hause habt, ihr müsst es jetzt nicht wegschmeißen und euch die Variante 2 holen, die man auch wunderbar miteinander hier verbinden kann aufgrund der Faser. Ihr müsst euch jetzt nicht hier sofort die V2 holen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ich würde euch nur updaten, dass es jetzt die neue Variante gibt und diese Variante ersetzt auch komplett hier Variante 1. Also wenn ihr euch in Zukunft dann mal ein neues Pad holen wollt, weil das erste hier verschlissen ist oder weil es nicht mehr so 100% sauber geht, weil es einfach in Jahre gekommen ist und auch ganz oft in Nutzung war, dann werdet ihr hier diese Version erhalten mit der beidseitigen Faser. Aber wenn ihr das schon zu Hause habt, dann nutzt es bitte erstmal und damit habt ihr eigentlich zwei Pads in einem, wenn ihr diese Scrub-Faser sucht. Kurzes Update dazu, weil vom Handling her hat sich nichts verändert, von den Anwendungsgebieten hat sich nichts verändert. Ihr könnt es weiterhin auch auf Leder nutzen, fangt aber bitte erst mit einem Schwamm an. Ihr könnt es für Kunststoffteile nutzen, ihr könnt es für alles nutzen, wo diese Faser auch gut arbeitet. Ich würde nur nicht damit auf Lack reiben, das macht man nicht. Aber ansonsten kann man das überall sehr, sehr schön einsetzen und jetzt beidseitig. Bis dahin Leute, ihr werdet jetzt auch immer wieder beide Versionen sehen. Ihr werdet auch in zukünftigen Videos nochmal diese Sachen sehen, weil ich habe auch 1, 2, 3, 4, 5 Stück davon. Also die werden bei mir trotzdem weiter eingesetzt, aber ich wollte euch einfach das Update mal mit zeigen. Wenn ihr dazu Fragen habt, unten in den Kommentaren rein. Ansonsten habt Spaß mit beiden Varianten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zum nächsten Video. Euer Sebastian, viel Spaß macht. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.